Ja, das ist ja alles so. Ja, das ist in der Tat wunderschön. Ja, das ist schön. Überweil. Hier ist noch mehr Schmuck am Haus. Hier ist auch noch mal Schmuck am Haus. Hier ist noch mehr Schmuck am Haus. Hier? Nein! 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 Hier ist noch mehr Schmuck am Haus. Und auch überhalb der... Deswegen gehen wir gerade bestreiten. Bestreiten, streiten. Ja? So, dann... Mich soll überraschen. Noch mehr Kunst am Haus? Nein! Wie kommt das Mutter dran? Das ist nämlich die sogenannte Kunsthofpassage. Und da ist, glaube ich, immer Kunst an den Häusern. Nein! Ich kann es einfach nicht glauben. Das ist so ein Faktor, das gehen wir durch die Kunsthofpassage, die ich Ihnen nenne. Ey, die Illuminaten sind nur am Start hier. Da steht eigentlich noch so, wie Pyramide. So, und jetzt noch mehr, aber Kunst am Haus. Und die Bernaden. Oh, ein Bernaden, ey! Wow! Ist das echt wahr? Ist das noch mehr Kunst hier? Ist das noch mehr Kunst hier? Pass auf die Wände! Da ist Kunst dran! Da ist Farbe dran! Guck da, mit so was Blauem! Ja! Das ist doch so, oder? Ne? Da hängt doch Stoff, da hängt ja sogar runter. Ein Stoff runter. Und hier auf Blumen! 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 Und die Kunst voll bearbeitet, doch bald! Ohne, es ist doch sehr schön. Boah! Ich will es einfach glauben, aber... Kunst in Getrie! Das ist immer noch Kunst! Also es ist Kunst, hier ist Kunst! Und schon lange ist mit dem der Tür. Die Tür ist orange! Die Tür ist so raus, dass ich mal vorstelle. Die ist orange. Und guck hier, das ist mit Wasser und so. Und mir ist mit Gold und so. Wir wollen Menschen. Nein, wir wollen wirklich Menschen. An diesem abstrakten Ort der Kunst. Machst du einen Cut? Kannst du noch mal gucken? Machst du einen Cut?